Fußball 2000, Pam, Pam, Pam. Die Eintracht macht das schon wieder mit uns, dass wir da quasi ein bisschen Achterbahn fahren müssen. Aber heute absolut verdient. Die Betonung liegt bei ihm auf ein bisschen Achterbahn. Ganz bisschen Achterbahn sind wir. Nein, aber die Eintracht hat verdient hoch. Verdient hoch. Verdient, scheißegal. Sie hat verdient hoch. Eintracht hat hoch verdient gewonnen, wollte ich sagen. Genau. Und ich kann mich jetzt mal ein bisschen sammeln, weil ich überlasse dir kurz die Stage, weil ich bin fix. Das ist kein Wunder, weil wir haben das bei mir im Wohnzimmer geguckt, das erste Mal zusammen. Was natürlich für die Zukunft eine schwierige Konstellation war, aber wir müssen jetzt eigentlich immer zusammen gucken. Und die Eintracht in die Champions League zusammen. Ja, genau. Wir gucken die Eintracht in die Champions League und lassen uns auch eine Prämie auszahlen. Erst beim 2-1 ist er schon sehr peinlich ausgeflippt. Also ich mag Basti wirklich gerne, aber das war selbst mir als Eintracht-Fan schon zu viel. Hat einen Teil der Innenanrichtung zerstört. Da kam auch gerade meine Freundin mit dem Beagle mit den Hunden an und die Hunde sind komplett erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Es tut mir leid an die Hunde. Wie heißen die Hunde nochmal? Lilly und Howie. Lilly und Howie, es tut mir leid. Wir haben uns echt auf den falschen Fuß kennengelernt. Die kamen tatsächlich genau. Schwieriger Start. Die kamen quasi mit der Flanke ins Zimmer rein und haben dann gedacht, was ist denn hier für Psychopathen im Raum? Fand ich aber sehr süß, weil die hatten eigentlich den Impuls, euch beide zu beschützen. Absolut. Ja, sie wussten ja nicht genau. Die haben nur gesehen, was ist denn das für einer? Aber auf jeden Fall verdient. Ja. Und einer meiner Lieblingsspieler hat das Siegtor gemacht. Indica tatsächlich. Hat mich auch sehr, sehr vielen gefreut. Aber du hast die erste Halbzeit angesprochen. Die Eintracht war klar besser. Klar besser. Und ich habe das Gefühl, Gafonschi war so ein bisschen genervt von mir, weil ich dir erzählt habe, dass die Eintracht ohne Stürmer spielt. Ja, das stimmt. Du kamst ja noch ganz in der Tür. Was mich praktisch nicht mal gemacht. Ich hatte die Flurtür noch nicht zu. Da dachte ich, ich sage, und was sie geht, ach, gar nicht gut. Ich spiele ohne Stürmer. Ich sage, aber Borea ist ja auch kein Stürmer. Und haben wir dann, ach, kein Stürmer, kein Stürmer. Und immer dauernd. Ich sage, willst du einen Kaffee oder einen Tee? Ja, aber kein Stürmer. Und dann, ja, einen Tee, aber kein Stürmer. Die ganze Zeit. Wir kamen überhaupt nicht mehr ins Gespräch. Immer nur, kein Stürmer, kein Stürmer. Ich wache manchmal auch nachts auf und sage dann auch, kein Stürmer, kein Stürmer. Schweißgeball. Aber hast du nicht irgendwie nach der ersten Halbzeit verstanden, was ich meine? Ja, aber wir haben ja dafür, wir machen das halt anders, die Saison. Wir brauchen jetzt, klar, mit den Stürmern wäre nicht schlecht. Vor allem haben wir am Ende ja mit zwei Stürmern gespielt. Hätte man ja auch mal ein bisschen früher machen können. Ja. Aber ist egal. Wir haben es gewonnen und wir langsam arbeiten uns hoch in der Tabelle. Und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden und wir lassen jetzt die Stürmer-Diskussion mal ein bisschen. Das lassen wir auf jeden Fall, weil ich bin auch absolut Hype, weil Eintracht sich echt belohnt hat. Das war meiner Meinung nach mit das beste Saisonspiel. Die sind in der zweiten Halbzeit auch noch ganz kurz ins Schrochen geraten. Mit diesem merkwürdigen Elfmeter, der, ob es im Ausfall oder nicht. Gott sei Dank können wir da jetzt so gönnerhaft drüber hinweg sind und sagen, ob der jetzt ausfällt oder nicht und so. Alles gut. Vor allem, weil Endika den Elfmeter verursacht hat, umso schöner hat er das Siegtor gemacht. Im Fußball sagt man immer, ausgerechnet. Ja. Ausgerechnet Endika. Aber mich hat es tatsächlich sehr gefreut. Die Eintracht ist jetzt quasi im gesichertem Mittelfeld. Ja. Da wollten wir immer schon reden. Also wer will nicht. Auf gesichertem Mittelfeld, ja. Und jetzt sind wir noch zwei Siege weiter und schon fangen wir wieder an, hier der übermütige Hesse von der Champions League zu quatschen, oder? Wir haben es ja gesagt. Henny und Basti gucken die Eintracht in die Champions League. Wir kriegen sie hoch. Während wir das machen, schreibt die immer Kommentare. Wir beide sammeln uns jetzt erstmal. Ich versuche jetzt erstmal bei den Hunden zu entschuldigen. Das wird nicht klappen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Das war zu viel. Und wir werden natürlich am Montag das ein bisschen ruhiger alles analysieren. Aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr happy. Wenn du am Montag Zeit hast, ruf auch gleich deine Versicherung an wegen dem Schaden. Machen wir tatsächlich. Ganz nett. Ich weiß gar nicht, was für eine Versicherung brauche ich da? Auf jeden Fall eine, die billig ist. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr bei der Versicherung arbeitet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen euch morgen. Schönen Abend. Das war geil. Ciao. Ciao. Achso. Nee, nee. Das ist egal. Ciao. So, meine Vorbereitung wäre damit abgeschlossen. Noch ein bisschen Ballast abgeworfen. Mehr muss ich ehrlich gesagt nicht tun. Mein Klient, Basti Red, hat keine Angst vor niemandem. Willkommen zum großen Duell. Hallo. Wie hast du dich vorbereitet auf den großen Tag? Gar nicht, ehrlich gesagt null. Mir geht es nur darum, ihm irgendwie wehzutun. Oha, oha, oha. Und ein bisschen zugelegt hat er auch über die Feiertage. Wunderbar. Basti Red, nächster Schuss und der passt. Und der ist überragend links oben eingeschmeißt. Was ist hier schmecken? Auf die Eintracht. Auf die Eintracht. Auf die Eintracht. Auf die Eintracht.